Willkommen zu einem kurzen Update im Natural Gas. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Hier habe ich den Chart bzw. meine Zählung einfach fortgeführt. Da hat sich nicht viel seit der letzten Analyse verändert. Hier sehen wir in dieser WXY Kombination ein ABC Muster in Gelb dargestellt. Die A wurde hier oben abgeschlossen. Wir befinden uns in der Welle B. Das voraussichtliche Ende der Welle B sollte im Bereich von ca. 6 bis 6,20 sein und dort sind wir hier in dieser pinkfarbenen ABC Bewegung. Nachdem die Welle B hier unten abgeschlossen wurde, erwarte ich weiter steigende Kurse. Zunächst mal in diesem Bereich hier zwischen 7,40 und 8,90. Hier die größte Wahrscheinlichkeit besteht in diesem Bereich zwischen 7,40 und 8. Dort haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Welle B enden wird. Anschließend folgen dann wieder fallende Kurse, aber die schauen wir uns dann an, wenn es so weit ist. Zunächst vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live.